Hallo meine Lieben, das Dark and Mystery Journal hat seine Bestimmung gefunden, wenn auch ein sehr trauriger Anlass. Einige wissen es, manche noch nicht. Ich habe am 23. September meine Mama verloren und drei Tage später musste ich meinen Hund gehen lassen. Ja, bei beiden war es leider der Krebs, der sie genommen hat und ja, es ist einfach bitter. Um nicht durchzudrehen, habe ich beschlossen, das Journal weiterzumachen. Ich habe also jede Menge Schmerztabletten genommen, damit die Hände irgendwie mitmachen. Am Ende des Videos seht ihr auch, also das war wohl zu viel des Guten. Jetzt muss ich wieder pausieren. Ich habe mit dem Journal angefangen, zwei Tage vor der Beerdigung. Die war am 4. Oktober und jetzt in den letzten Tagen habe ich dann eben das Journal weiter bearbeitet. Das heißt, ich habe die Seiten farblich angepasst, aber das seht ihr alles. Das ganze Video wird nicht besprochen, sondern ganz einfach mit Musikuntermalung. Und ich hoffe, es gefällt euch dennoch. Und ja, wenn ihr in Zukunft mal ein Update sehen möchtet oder vielleicht wollt ihr sogar dabei sein, wenn ich das Journal bestücke und ja, weiter ausschmücke, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Für mich ist es okay, ist nur die Frage, ob es für euch auch okay ist. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal in die Kommentare. Amen. 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 Amen.